Wir sind noch einmal auf die Bühne zurückgekehrt, um Evie Eichter, die Bär-Mitgliedschaft des Landestheaters Linz zu verleihen. Diese kleine Urkunde, die eine wahrscheinlich nicht ausreichende Würdigung deiner 50 Jahre hier auf dieser Bühne ist, überreichen. Wir alle, auch Landeshauptmann Thomas Stelzer als Vorsitzender unseres Aufsichtsrates, möchten dir den Titel des Ehrenmitglieds des Landestheaters Linz verleihen. Vielen Dank. Wir danken dir. Danke. William Shakespeare hat gesagt in seinem Stück, wie es euch gefällt, die ganze Welt ist Bühne. Das habe ich sehr ernst genommen. Es geht vom Kind bis zum Kreis. Ich bin jetzt schon zwölf Jahre die Doyen hier, sehr gerne, mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Und Sie, liebes Publikum, meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich, jeden Abend für Sie spielen zu können. Und nicht nur die Doyen, nicht nur den Kreis, nicht nur jemanden, der das Leben fast hinter sich hat, sondern, wie Sie vielleicht heute gesehen haben, auch mal was Jüngeres. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Aber jetzt zum Bier. Applaus 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 Applaus